Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute wieder das Barbie-Malbuch hier und ich möchte hier gerne nochmal was ausmalen. Dieses Buch mit 1001 Stickern dabei. Und ich schaue mal ein bisschen durch. Ich habe mich noch nicht entschieden, welches ich jetzt anmalen möchte. Es sind so viele coole Bilder dabei. Barbie ist ja hier in so ganz verschiedenen Berufen auch zu sehen. Mit unterschiedlichen Outfits, alleine oder mit Freundinnen. Das ist auch schön, dieses Kleid hier. Also das gefällt mir auch gut. Oder hier, das sieht auch cool aus. Ah, das ist so ein bisschen wie Eiskönigin Elsa. Ja, ich glaube, das male ich an. Das gefällt mir echt gut. Dafür habe ich wieder hier Filzstifte. Und ja, dann kann es eigentlich schon direkt losgehen. Und ja, dann kann es eigentlich schon direkt losgehen. Dann gibt's die erste calf southern zwei Katharnik. Dann verwege ich das 42 Jahre um gleich 전에. Datsache, ich muss malHHHHH mit einigровangen und die zweite arbeiten. Wir sehen wieder das Monate immer noch. Dann Magazine Ich wurde mit einigrales Bild mit einemaker канал gemacht. Getäusch. Dann ist das alles wieder, da warte. Dann geht's dann bei einem sagstavien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier oben ist die gleiche Farbe wie hier unten, nur dass hier dann noch so kleine Kristalle und kleine Sternchen mit drauf sind. Und da habe ich auch noch ein bisschen mit Silber so kleine Details gemalt, genauso wie hier. Und auch noch eine leicht silberne Haarsträhne und silberne Ohrringe. Hier das Fell, das ist auch so weiß-bläulich und hier sind dann noch so schöne kleine Bommel vorne dran. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Outfit. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich mich mal so verkleiden würde. Wie gefällt euch das Bild? Gerne mal unten in die Kommentare schreiben und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos, zum Beispiel das Video, wo ich schon eine Barbie ausgemalt habe oder das, wo ich das Barbie-Buch vorgestellt habe oder unsere vielen anderen Barbie-Videos oder die vielen, vielen anderen Spielzeug-Videos. Einfach reinschauen, gerne unseren Kanal abonnieren und auch gerne auf die Glocke klicken, die neben dem Abonnieren-Button ist. Dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und das war es dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!